Herzlich Willkommen bei EndbossTV zu den heißesten Gaming News der letzten Woche in 100 Sekunden, rein da! In der Nacht des 24. September fand endlich wieder eine State of Play statt und dabei hat Monster Hunter Wilds einen Release-Termin bekommen und kommt am 28. Februar im nächsten Jahr heraus. Am 31. Oktober diesen Jahres kommt bereits ein Remaster von Horizon Zero Dawn, das sich an der Technologie des Nachfolgers orientiert. Legacy of Kain's Soul Reaver 1 und 2 bekommt ein Remaster und erscheint bereits am 10. Dezember und neben weiteren Spielen wurden auch neue Enhanced-Versionen für die PS5 Pro angekündigt. Neue Inhalte für PlayStation Plus gibt es natürlich auch wieder, unter anderem ist das Remake von The Last of Us Part 1 ab sofort verfügbar für alle mit einem PS Plus Extra oder Premium-Abo. Neue DualSense-Controller-Designs gibt es auch und zwar gleich drei Stück in der Chroma Collection. Am Schluss kam aber die richtige Bombe in Form des Nachfolgers von Ghost of Tsushima, Ghost of Yotei erscheint bereits nächstes Jahr, spielt 300 Jahre nach dem ersten Teil und somit mit einer neuen Protagonistin und es sieht einfach nur großartig aus. Am Donnerstag, den 26. September, gingen dann die Vorbestellungen für die PS5 Pro und die 30th Anniversary Collection los, beides war in Sekundenschnelle ausverkauft. Die PS5 Pro bekommt man zwar mittlerweile wieder, aber ausschließlich im offiziellen PlayStation Store, die 30th Anniversary Collection, könnt ihr höchstens noch für über 4000 Euro bei Ebay steigern. Sogar Personen, die über eine Stunde der Warteschlange gewartet hatten, konnten sich nicht unbedingt eine Version sichern, wie zum Beispiel ich. Es war ein schwarzer Donnerstag, aber auch für Ubisoft lief die Woche nicht gut. Nach der Ankündigung, dass Assassin's Creed Shadows auf 2025 verschoben wird, sank der Aktienwert ins Bodenlose. Eine bessere Nachricht kam von Disney Plus. Hier wurde bestätigt, dass der Charakter Carl Kestis, bekannt aus Spielen wie Jedi Fallen Order, ein Live-Action-Debüt in kommenden Star Wars-Projekten bekommt. Eine großartige Nachricht. Das war's mit den Gaming News für diese Woche, vielen Dank fürs Anschauen und bis zur nächsten Woche, ihr wisst Bescheid, immer schön weiterzocken.